Ich bin der Gloom-Nivore. Ich bin der Gloom-Nivore. Und diese Mischung ist einfach... Exquizit. Sein König ist verletzt. Seine Familie ist weg. Er schraubt. Er ist allein. Der Gloom-Nivore. Das ist deshalb, dass ich seine Feinde ausfügt. Für alle diese Jahre. Das ist, man muss sovraren, sovraren, sovraren. Aber sogar die größten Feast derzeit müssen zum Schluss kommen. Es ist Zeit, um weiter zu gehen, zum nächsten Mal. Oh, du hast Mundgeruch. Give yourself to misery. Let anguish consume you. This is your most painful memory. The darkest, tenderest recess of your soul. Hmm, yes. Your powers were stolen and used to give birth to a monster. You could not protect your friends. You could not save the world. What kind of hero are you? Pathetic. Wallow in it. Marinate yourself in misery. Yes. My mouth begins to water. Can you hear me? Please, you must listen. There is a light inside you that can never be extinguished. It is waiting. Biding its time. But it is there. And when it shines forth, it will illuminate the world. Now is that time. You are the luminary. You must conquer the darkness. You must shine. You must shine. This light is... What's happening? This light. Disgusting. It blinds me. It fills my mouth. It tastes of... It tastes of... hope. This is the beast responsible for King Erwin's suffering. We must defeat it and lift his majesty's curse. You dare disturb me while I prepare to sample the next delicious morsel of misery. Oh, yeah. No matter. Your screams of agony will surely wet my appetite. So, then... ...lethen wir dich mal... ...platt hauen. Blünde Kuh! Bah. Du helfst ordentlich was aus, Junge. Nehmen wir mal einen Zauber. Ah, Mist. Zauber. Mist. Megastärkung. Multiabschirmung. Abschirmung. Ne, da ist mal Multiheilung. Beschleunigung. Multi. Das wird ja... Ne. Fähigkeiten. Falken. 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 Mega Stärkung nochmal. Falken. 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 So, Fähigkeiten, Blinde, Kuh! Nein, die hier machen. So, einmal das. So, Fähigkeiten, Zauber, komm, ah ne, wir machen erstmal Fähigkeiten, Segen, Regen. Komm, sehr schön. Komm, wir machen einen normalen Angriff. Zauber. Komm. Sehr schön. Fähigkeiten, nö, Zauber, zack, zack. Zauber, mehr Heilung. Zauber, Multi Heilung. Zauber, Multi mit der Heilung. Zauber, Heilung, das kommt selber, ja. Oh, das ist ja sehr schön. Keine. Das ist ein Zauberer. Multi Beschleunigung, Zauber, Mega Stärkung, Multi Heilung. Zauber, Multi Beschleunigung, Zauber, Mega Stärkung, komm. Kurz vor, am Ende will ich jetzt nicht drauf gehen, ja. Kurz... Ist grad eher ziemlich gute Abwehr bei dir. Okay. Sehr schön. Dann so. Der war nicht ohne. Sehr schön. Gucken wir mal. Können wir machen. Äh, Bihänder. Wir müssen ja hier noch ein bisschen, zack, vorwärts kommen. Na, das können wir dann auf jeden Fall nehmen. Stärke da. Aber was noch brauchen wir hier? Dann zack, zack. Damit wir das freischalten können und dadurch das kriegen. Kunter bei Block Parade. So. 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 How am I? Then it's not. So. fav Param? Ich weiß sie irgendwo. Son, ist es wirklich Sie? Es war Sie, die mich zu retten, nicht wahr? Erwin, Sie sind zurück. Sie sind zurück zu Ihren Selbst, am Ende. Elinor? Unser Son hat Sie freut. Desperren Sie nicht mehr hält. Sie sind frei für mich, nach all diesen Jahren. Ich bin, mein Lieber. Ich bin. Unser Son. Unser Son. Unser Son. Unser Son. Ich liebe dich so sehr. Goodbye. Goodbye, my little one. Goodbye, Erwin. I hope both of you find peace at last. Honey, your hand! Die Marken! Sie sind wieder glücklich! Ihre Macht, sie sind zurück! Der Lumenier ist für uns gegründet, und alles dankbar zu seinen Hohen Eltern. Taurus hat die Kraft des Lichtbringers zurückgekommen. Der Bereich Lichtbringer ist in seinem Charakterbaukasten. Der Bereich Lichtbringer in seinem Charakterbaukasten ist nun wieder verfügbar. Oh, Knoten in der Zocke! Und im Hirn auch! Schlimm! Tja, wollen wir nicht zu lange hier bleiben. Wir werden noch anderswo gebraucht. Also, einmal tief durchhören und weiter geht's. Es wäre bestimmt keine schlechte Richtung Norden, nach Zwistambul zu gehen. Wenn es auch nur anderen so lebhaft wie früher ist, finden wir dort bestimmt jemanden, der was Nützliches weiß. Elvins letzter Traum dafür, dass du König Elven von seiner Qual erlöst hast, der die schlimmsten Schicksalsschäden immer wieder aufs Neue durchleben musste. Welche ihn längst... Welche ihn eines längst vergangenen Abends ereilt hatten. Ja, der Baukasten. Guck mal nochmal. Kann man hier quasi wieder von vorne anfangen. Dass ich schon so viele Punkte hier vergeben habe. Naja, egal. Gigaschlitzer. Da kann man was machen. Was Neues dazu. Giga-Schmetterer. Giga-Kracher. Das ist jetzt alles Schwertkampf dann rum. Schwerter? Schwertkampf. Okay. Heilige Schütz-Aura. Das müssen wir hier nochmal machen. Dann... Alter, so ein fetter Baum hier. So ein verdammt dicker Baum. Also im Endeffekt, um alles freizuschalten, muss man auch eigentlich alles leer lernen. Da geht's nicht weiter. Schade. Wäre eigentlich cool, wenn man da irgendwie noch hätte weitergekommen. Ja, dann machen wir uns dann wirklich mal auf nach zu Istanbul. Ja, beziehungsweise verschiedenste... ...geschickte Gruppenmeinung. Ich habe zumindest für einen ein Level ab. So, und der Rest darf danach später. Zack, 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 zack. So. Damit habt ihr nicht gerechnet. Dass der Lichtbringer seine Kräfte wiederhielt. Herr Grimor, wir werden kommen. Wir werden dich besiegen. Wir werden dich von dieser Welt vertreiben. Größenwarnung, die wir sind gut. Ich habe zwar jetzt die Kräfte, aber keinen einzigen Punkt, um da heute noch sein zu sitzen. Wollen wir mal gerade gucken. Charakterbaukasten. Was kostet der eigentlich? 36 Punkte! 25, 26, 26. Was zur Hölle? WTF? Geht das Spiel noch so lange, oder? Ist dann auch gedacht, für ein mehrfaches Durchspielen? Dass man die Punkte mitnimmt. Monsters walk the land once more. Airdrea is under threat. Are we going to stand around here all night, or are we going to take action, huh? I'm game if you are. Let's hit the road, partner.